Oh mein Gott, und hier gibt's Rayman, vom Maskottchen zu Mobile Game. Wer kennt Rayman? Nur mal jetzt eine Frage, wer kennt Rayman? Alter, viele tatsächlich. Ich sag's euch so wie es ist, auf der Playstation 2 war dieses Spiel ein absolutes Muss. Also Rayman war überkrass, also Rayman war wirklich überkrass geil, das hat so Bock gemacht. Aber dass es jetzt ein Mobile Game geworden ist, das finde ich ehrlich gesagt ein bisschen traurig. Auch du bist, es gibt immerhin ein... Aber ich bin euch ehrlich, auf der Playstation 2 war das eines meiner Lieblingsspiele für viele, viele Jahre. ...Charakter, der noch dünner der Arme hat, als du. Ja, bis jetzt, ich hatte auch bis zu weit. Rayman ist der einzige, der ikonisch sein darf, obwohl er weder Arme, noch Beine, noch einen Hals hat. Gestartet als erfolgreicher Playstation 1 Launch-Titel, hört man nach mehreren Pausen und Comebacks wieder relativ wenig von unserem Freund, abseits hiervon. Das ist super schade, da Rayman, finde ich, echt viele coole Spiele zu bieten hat. Von Hardcore-2D-Plattformern bis hin zu Lernspielen und Psychopathenhäschen ist alles dabei, es ist ein ziemlich wilder Werdegang. Wie sich die Rayman-Spielereihe so bis zum heutigen Tag entwickelt hat, erzähle ich euch jetzt. Oh, geil. Let's go. Geil. Während Ubisoft heutzutage einer der größten Publisher der Welt ist mit Franchises wie Assassin's Creed, Tom Clancy's oder Just Dance, muss natürlich jeder irgendwo mal anfangen. Ende der 80er Jahre ging Ubisoft an den Starten, war heimisch in einem gemieteten Schloss in Frankreich. Sie mussten zwar irgendwann umziehen, weil so ein Schloss echt unpraktisch und teuer ist, aber ey, sie waren in einem Schloss, das ist ziemlich cool. Alter, wie krank. Einfach dein Unternehmen in einem Schloss gründen, kann man machen? Ist jetzt aber in meinen Augen auch nicht unbedingt so der Übervorteil. Ihre Strategie bestand darin, junge Entwickler, die meist noch unter 20 Jahre alt sind, mit ins Boot zu holen, damit diese für Ubisoft entwickeln. Einer von ihnen war Michelle Ancel, der später als Vater von Spielereien wie Beyond Good and Evil oder aber auch Rayman gelten soll. Die Entscheidung, dass er... Also eine Legende, die sie gerade eben gezeigt haben, ja. Diesen Michelle Angelo. Das erste Rayman-Spiel so zu gestalten, wie es letzten Endes gestaltet wurde, war eine sehr gewagte, denn ihr müsst euch vor Augen führen, was für einen Umschwung Videospiele in den 90er Jahren waren. 3D war der neuste Scheiß und alle Spiele, die nicht 3D waren, liefen Gefahr, als veraltet zu gelten. Rayman an sich war natürlich auch nicht von Anfang an so gedacht. Also dieses Anfangsspiel kannte ich auch noch nicht mit dem Rayman. Aber der hat sich echt gleich gehalten. Wie sein finales Design letzten Endes aussah. Sein Aussehen war inspiriert durch verschiedene russische und asiatische Sagenwesen, gemischt mit einem Cartoonie-Flair, wie man ihn von bekannten Zeichnern wie Tex-Evony und den Looney-Tunes kennt. Am Anfang sollte Rayman sogar tatsächlich Gliedmaßen haben, aber stellte sich heraus, dass Rayman ohne Gliedmaßen leichter zu rendern war und trotzdem ganz gut aussah. Diese Schwäche haben sie sogar ausgenutzt, um daraus Gameplay-Mechaniken zu formen. Beispielsweise kann man mit seinen Händen einfach Gegner aus weiter Entfernung schlagen. Während der Entwicklung war es eigentlich gedacht, das Spiel auf dem CD-Add-On der SNES rauszubringen, der Nintendo Playstation, das eigentlich in Zusammenarbeit mit Sony rauskommen sollte. Da aus dem Teil aber bekanntermaßen nichts wurde, entschloss man sich, Rayman für den Atari Jaguar weiterzuentwickeln, bis am Horizont ein neuer, vielversprechender Kandidat in Sachen Heimkonsolen angekündigt wurde. Krank! Die erste Playstation. Das war Ubisofts Chance, das Spiel auf einer neuen Konsole rauszubringen. Muss beichten, ich hatte nicht die erste Playstation. Aber guck mal, ich bin 1999 geboren. Das ist halt auch nochmal so eine Sache. Ich bin ja 1999 geboren und 2002 oder 2003 hatten wir dann eine Playstation 2. Weil mein Bruder wollte das auch unbedingt. Und wir haben das, ich weiß nicht wie, aber wir haben einfach eine Playstation 2 dann gehabt. Zu bringen die noch keine anderen Plattformen als Konkurrenz hatten, deshalb konzentrierte sich BASIC, die die ganze Firma darauf das Spiel fertig zu bekommen, sodass es ein Launchtitel für die erste Playstation werden konnte. Am 29. September 1995 kam Rayman zusammen mit der Playstation in Europa raus. Und es war ein sehr großer Erfolg. Es war der erste Durchbruch für Ubisoft in der Start einer großen Videospiellaufbahn. Vor allem wurde bei Rayman gelobt, wie bunt und verspielt das alles ist. Man merkt definitiv, dass bei der Entwicklung sehr viele Zeichner nur eingestellt wurden, um den Artstyle des Spiels zu verfeinern. Das Spiel ist im Grunde einfach nur ein 2D-Plattformer, dessen Ziel es ist, das Ende des Levels zu erreichen. Das Problem hierbei ist, es ist super schwer zu erreichen. Rayman ist ein sehr, sehr schweres Spiel und das liegt unter anderem daran, dass die Entwickler laut eigenen Aussagen das Spiel selbst nicht mal wirklich viel gespielt haben. Die wussten selbst nicht, wie fucking schwer ihr eigenes Spiel ist. Es hebt sich halt durch die ganze verspielte Gestaltung ganz klar von anderen 2D-Plattformern ab. Fähigkeiten von Rayman sind unter anderem, dass er seine Hände in Ringe schießen kann, die an einer Art Liane zu seinem Körper ergeben. Er kann mit seinen Haaren fliegen. Es wurde sich in diesem Spiel einfach nur mit Verrückten, aber deshalb auch so coolen Ideen ausgetobten. Das kam ziemlich gut bei den Leuten an. Es konnte sich ungefähr 4 Millionen Mal verkaufen und für das erste Großprojekt von Ubisoft... Alter, 4 Millionen Mal für das erste Rayman ist schon stark, ne? Ubisoft war es auf jeden Fall ein Erfolg und es war klar, dass ein zweiter Teil folgen muss. Das ist schon stark, ne? Es war aber auch klar, dass die Reihe nicht 2D bleiben kann, da mittlerweile sogar große Plattformer die dritte Dimension erreicht haben. Rayman 2 wurde also als ein großer 3D-Plattformer entwickelt und die Schwierigkeit hierbei war, diesen Freaky-Stil irgendwie in die dritte Dimension zu holen. Und ja, die Stilrichtung im Großen und Ganzen zu übernehmen wurde relativ schnell aufgegeben, da sie gemerkt haben, okay, das klappt nicht so ganz. Es wurde sich dazu entschieden, eine komplett andere... Oh mein Gott, ja, die Roboter. Oh ja. Oh, fühle ich jetzt gerade ganz böse. Ich kann mich gut erinnern an diesen Roboter. Wie die heißen, weiß ich nicht, das war... Richtung als vorherzufahren mit cinematischen Cutscenes, mehreren Charakter... Das ist, das ist, das ist, äh, Klobox, den die da ziehen. Das hier ist Klobox, das ist das, wovon ich euch erzählt hab. Eine ganz große Legende in meiner Augen. Ein bisschen mehr Story als New York. Oh ja, wie heißt denn das? Wie hieß denn der? Ich hab nur noch Rayman und, äh, Klobox in Erinnerung, was das angeht. Es gibt da so einen Bösen, den man aufhalten muss. Das komplette Spiel musste sich von einem System, in dem man nur von Level zu Level läuft, zu einer mit einer offeneren Welt ändern. Im Grunde war Rayman 2 ein komplett anderes Spiel als Rayman 1. Das Einzige, was gleich war, war halt Rayman an... Ja, und du konntest fliegen mit deinen Haaren, das war echt geil. Und mit deinen Ohren, das war echt nice. ...sich. Oh, und der Artstyle. Der war immer noch relativ... Sie heißen Kleinlinge. Okay, darauf wäre ich nicht gekommen tatsächlich, dann, dann kann ich mich nicht mehr erinnern, wirklich. Tun orientiert. Eine große Inspiration zu der Zeit waren die Studio-Ghibli-Filme. Der Boss aus dem Spiel sieht zum Beispiel dem Roboterhaus ein Schloss im Himmel relativ ähnlich. Das Spiel kam mal wieder sehr gut an. IGN nannte Rayman 2 sogar den Next Evolution in Gaming. Oh mein Gott. Ubisoft ging nach diesem Release komplett ab, was Rayman anging, und veröffentlichten eine animierte Serie, die nach vier Folgen direkt wieder starb, und zahlreiche Rayman-Lernspiele. Es gibt Rayman bringt den Leuten Mathe bei, es gibt ein Rayman-Französisch-Lernspiel. Ich wünschte, ich hätte das besessen. Zu Rayman 3 hat sich das alles allerdings ein wenig geändert, dass sich das Entwicklerteam sehr gewandelt hat. Viele Leute einschließ... Ne, das sagt mir jetzt nichts. Also Rayman 3 hatte ich, glaube ich, nicht. Kommt aber hier auf der Playstation 2. Bin mir aber gerade auch nicht zu 100% sicher. Kann auch sein, nee, ich glaube, ich hatte Rayman 2 noch. Schließlich Michelle Ancel haben sich auf ein neues Projekt fokussiert, das sich als Beyond Good & Evil entpuppen sollte. Es wurde immerhin dahingegen wieder Back to the Roots gegangen, und dass sie relativ verrücktes Zeug ausprobiert haben. Die wohl größte Neuerung war es hinzufügen von Kostümen, die Rayman alle eine unterschiedliche Fähigkeit gegeben haben. Ach, und man kann seinen Fuß als Schlitten benutzen. Das ist definitiv ein Ding. Dazwischen kam halt wieder relativ viel Spin-Off-Shit raus. Ne, das sagt mir gerade wirklich nichts. Die Rayman M, ein Partygame oder sogar ein Rayman Gameboy Advance-Spiel. Doch auf einmal wurde es ziemlich still um die Reihe. Was waren das für Geräusche, die ich definitiv nicht selbst im Schnittprogramm eingefügt habe? Tiger-Kick, Bruder, ich hätte auch gerne mal Rayman wieder neu angezockt, ne? Ich glaube auch generell sind diese alten Spiele, wäre echt nice. Statt ein Jump'n'Run-N-Nachfeuer kam Rayman Raving Rabbit 2006 für die Wii und weitere Plattform raus. Anfangs war ein völlig normales Rayman 4 geplant, das allerdings nicht von Ubisoft entwickelt worden wäre, sondern von einem Studio namens Phoenix. Sie waren sogar schon relativ weit in der Planung drin, es gibt Artworks und Prototypen, die man sich zu Rayman 4 angucken kann. Das Projekt wurde trotzdem mittendrin einfach gecancelt, da Nintendo auf der L3 2005 ihre nächste Konsole angekündigt hat, die Evolution, die später an Wii umbenannt wurde. Ubisoft hatte Bedenken, jetzt noch ein Rayman-Spiel auf der alten Hardware rauszubringen und entschloss sich stattdessen, das Spiel abzusagen und selbst ein neuer... Gut, das kenne ich nicht. Das sieht auch komisch aus mit diesen Hasen da. ... das Rayman-Spiel für unter anderem die Wii zu entwickeln. Um die neuen Möglichkeiten der Wii zu nutzen, kam im Endeffekt ein Party-Game raus, in welchem man verschiedene Minispiele spielen konnte. Lustigerweise war das sogar mein erster Berührungspunkt mit Rayman, obwohl das Spiel an sich sogar gar nichts mit... Schande! Wenn das der erste Berührungspunkt ist, dann hat er nie Rayman richtig kennengelernt. Das ist schade eigentlich. ... die Rayman zu tun hat. Es verhält sich hier ungefähr so wie mit Spyro und Skylanders. Sie brauchten halt irgendeinen bekannten Namen zum Pushen einer neuen Reihe und haben halt einfach Rayman dazu geworfen. Heutzutage sind die Rabbids ja auch ihre komplett eigene Reihe und haben unter anderem auch ein Crossover mit Mario bekommen. Hier könnte ein Mario X Rayman Crossover sein, aber nein. Es sind die Rabbids. Sie brachten nach dem ersten Raving-Rabbit-Spiel übrigens nahezu jährlich neue Games mit denen raus, während Rayman irgendwie so ein bisschen links liegen gelassen wurde. Sie haben bis 2011 gebraucht, um ein neues, eigenes Rayman Jump'n'Run rauszubringen, aber oh boy, das Game hat es immerhin in sich. Rayman Origins kam raus und wie der Name schon verrät, ist es einfach ein gutes, altes Rayman Jump'n'Run. Hey lol, ist das mit Angry Birds vermischt? Guckt euch das mal an, warte. Rayman Origins kam raus. Das hier ist doch sowas wie Angry Birds. Das sind auch diese Vögel, die auf einmal so hochgehen. ... draußen wie der Name schon verrät, ist es einfach ein gutes... Das Rayman hatte ich nicht. Also das hatte ich auf jeden Fall nicht. Das ist schon, das ist... ... gutes, altes Rayman Jump'n'Run. Wieder in der zweiten Dimension hat sich das Spiel einfach darauf konzentriert, coole Level zu gestalten. Es ist ihnen garantiert gelungen. Herausstechen tut hier ganz besonders der Artstyle, denn es sieht alles so aus wie gezeichnet. Es wurde für die Entwicklung des Games viele Künstler ans Boot geholt, die sich gar nicht mal mit Videospielen auskennen. Ihr Job war es, einfach nur geile Kulissen für das Game zu zeichnen. Also es sieht wirklich richtig, richtig gut aus, ne? Muss man wirklich sagen, auch wie so vom Flow. Ich glaube, das ist ein Spiel, das kann man gut spielen hier. Und das lässt sich auf jeden Fall sehen. Gutes Feeling. Das Spiel macht einfach Spaß, sieht phänomenal aus und das Soundtrack ist ein Banger. Das fanden auch die Kritiker, denn das Spiel wurde mit Lobpreisungen überschüttet, sodass es zum bestbewertesten Rayman-Spiel aller Zeiten wurde. Oh ja? Ui, Memo. ... Ausnahme zum direkten Nachfolger Rayman Legends. Nur zwei Jahre später ballerte Ubisoft das nächste Rayman-Spiel raus, das direkt an Rayman Origins anknüpft und dementsprechend ähnlich künstlerisch gestaltet wurde. Es wurde rund um die damaligen... Ey, das sieht richtig geil aus, ne? Man denkt so, man muss es eigentlich gleich mal wieder spielen. ...als neue Wii U designte. Man konnte nun Murphy steuern, mit dem man auf dem Touchscreen in vielerlei Hinsicht mit der Spielwelt interagieren konnte. Für spätere Ports musste man die Murphy-Parts dann natürlich ein bisschen umgestalten, dass es auch ohne Touchscreen geht, aber auch so fand ich es einfach echt cool. Es hat sich einfach alles innerhalb der Level so organisch und lebend... Ey, Leute, hattet ihr alle Rayman Legends? Was ist los bei euch? Ich bin ja voll hängengeblieben. Ich bin richtig hängengebliebener Mensch. Ich hatte das nicht für die Wii. ... nicht angefühlt. Außerdem neu waren die Orchester-Level, in welchem man mit Rayman... Das sieht... Vor allem, wenn ihr das mal vergleicht, ne? Von früher zu heute. Guckt euch mal die Qualität an. Wie krass. ... die verschiedensten Level passend zur dazuspielenden Musik navigieren musste. Ab hier kann es für Raymans Jump'n'Run-Karriere eigentlich nur noch rosig aussehen. Sieht auch geil aus, ne? Das war einfach das letzte Jump'n'Run, das wir jemals bekommen haben. Aus irgendeinem Grund wurde sich dazu entschieden, mit Rayman erstmal nix mehr für die Konsolen zu entwickeln, sondern stattdessen nur... Wisst ihr, wie der aussieht? Wie Klotzkowski von Monster Archi, falls ihr den kennt. Auch Legende. ... nur noch Mobile Games mit seinem Namen rauszubringen. Ähnlich wie bei den Rabbids schon, wollen sie Raymans Bekanntheit dazu nutzen, um ihre neuen Produkte an den Mann zu bringen. In dem Fall halt ihre Mobile Games und ich mag das nicht. Allein seit 2012 gab es für Mobiltelefone Rayman Jungle Run, Rayman Fiesta Run, Rayman Legend Speedbox, Rayman Classic, Rayman... Es gibt zu jedem Klassiker irgendwelche Handyspiele, wo du dir denkst, also wie viel Scheiße kannst du aus einem Spiel raushauen? Das ist schon Wahnsinn. ... Adventure und Rayman Mini. Würden diese Spiele auch einfach nur nebenbei erscheinen, hätte ich auch gar kein Problem damit, aber mir kommt es allmählich so vor, als würde es bei Rayman nur noch auf solche Spiele hinauslaufen. Wir haben mittlerweile seit knapp 8 Jahren kein neues Rayman Heimkonsolenspiel gehabt und auch keine Infos darüber, ob und wann mit den Entwicklungen für ein neues begonnen wird. Das einzige, was wir bekommen, sind Mobile Games und das ist super schade. Rayman ist definitiv eine Spielereihe, die sich schon immer was getraut hat. Das wäre einfach schade, wenn sie wegen Hasen und Handys zugrunde geht. Ich hatte nur Rayman auf der Playstation 2 damals. Crash hat ja letztes Jahr auch sein Heimkonsolen-Comeback bekommen, deswegen wer weiß. Vielleicht bekommen wir ja in naher Zukunft ein neues Rayman-Abenteuer. Das einzige, was wir da machen können, ist leider erstmal nur abzuwarten. Rayman ist halt schon so lange tot, dass ich mir nicht mal sicher bin, wie viele von euch wirklich schon richtigen Kontakt mit der Reihe hatten. Also schreibt es mir unbedingt mal in die Kommentare, was für Spiele der Rayman-Reihe ihr so gespielt habt und was für Erinnerungen ihr mit diesen verbindet. Würde mich auf jeden Fall interessieren. Ansonsten wünsche ich euch natürlich wie immer noch einen schönen Tag. Haut herein und ciao. Ich sag's euch so wie es ist, das ist pure Nostalgie ohne Witz. Also Rayman, so ein geniales Spiel gewesen. Ich hab's wirklich, wirklich geliebt und ich hab es gefeiert, gegen andere Leute zu betteln. Also gegen Freunde, die da mitgezockt haben zu betteln. Ich weiß noch, wie ich mit einem Kumpel immer gespielt hab. Und, Alter, krieg ich Gänsehaut, ja? Das ist ein anderes Flashback, ja? Feier ich mega. Feier ich wirklich das Jahrtausendstunden. Auf Wiedersehen? Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Radioунrabund. но